Postkarte 20. November 1929, Berlin, Motzstraße 78, Sachsenhof Lieber hochverehrter Herr Doktor, ich bin Yusuf. Haben Sie meine Karte mit derselben indirekten Adresse bekommen? Ich habe viel zu tun, Radio etc. Vorträge überall und aller Wegen. Nun standen doch auf Wunsch der Damen in Rotterdam, der Haisha, Gedichte von mir in dem Festjournal. In Amsterdam wohnt Frau Caroline Wiesenbach-Franken, kann nicht anders entziffern, der Leiresstraat 82 Amsterdam, Vorsitzende des Jüdischen Frauenbundes in Holland. Lieber Herr Doktor, wenn Sie dermal schreiben, was ich kann, bietet die vielleicht Vorträge. Wollen, würden Sie? Wie geht es Ihrer Gemahlin? Ich möchte Sie kennenlernen. Ihr Prinz Jusuf Postkarte 18. Oktober 1930, Berlin, Motzstraße 78, Sachsenhof Hochverehrt sehr lieber Herr Doktor, Ich bin ja so angestrengt, mein Schweigen so natürlich, Aber verzeiht, wenn ich Sie bitte, nach Amsterdam an das Funkhaus zu schreiben. Sie sollen mich meine Gedichte vorlesen lassen. Wie ist das Honorar? Ich bin nämlich Vierten in Köln und lese auch Radio. Ich käme so gern mal wieder ans Meer und wie schön ein Wiedersehen und dann muss ich Ihre mir liebe Frau kennenlernen, Ihr Prinz Jusuf. Ich bin ja so nah, wir sehen uns Infobelt. Vielen Dank.